In der Rocknacht im bayerischen Fernsehen und wir bleiben international mit Superstars in Finnland. Und sie haben fast alle großen Festivals in Europa bereits gespielt. Bei Rock im Park waren sie heuer das erste Mal dabei. Apokalyptika, außerdem absolute Superstars in ganz Amerika. Sie kommen aus Mexiko, haben vier Grammys gewonnen, haben 16 Millionen Alben verkauft und trotzdem sind sie in Deutschland noch fast ein Geheimtipp. Mana aus Mexiko in dieser Rocknacht im bayerischen Fernsehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018